Hä? Fuck. Ah, das ist ein Hacker. Ja, Hacker bei mir. Ist bei mir, Octagon. Ich komme, bist du tot? Ja, fast tot. Warte mal, ich komme auch. Ja, Hacker. Ich lauf. Wo bist du? Up and down. Ich bin neben dir, ich bin neben dir. Sauber, Alter. Killer. Ja. Was ein Hurensohn. Hurensohn. Komm, Gott. Sorry, Alter. Hänger, ey. Einer ist tot, einer ist noch irgendwo hinter den kleinen Torbst. Ja, ich sehe ihn. Up and down. Ja, passt. Scheiße, ey. Ich gehe vor, ich gehe vor. Am Fluss. Keine Ahnung. Ja, der ist am Panzer. Am Panzer ist einer. Hat er aber keinen Helm. Hier muss noch irgendwas im Nahbereich sein von den Geräuschen. Nein. Granate geht raus. Panzer, 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 Leute. Nee, der hat total gerämmt. Ich habe einen down. PMC. Am Panzer. Ist da was rechts von mir? Ja. Ich habe zwei Manns voll equipped. Komm auf die Furt jetzt. Alles klar. Ohne schießen. Einer down. Der eine ist hinten. Renn weg. Ich kann nicht sehen, der ist genau hinter dem Baum für mich. Siehst du ihn? Ja, der ist hinter dem Stein, ne? Okay, der ist ein Stein. Ja, der ist hinter dem Stein. Sollte ihn haben. Okay, ich gehe runter und push links rum ins Gebüsch. Ja, alles klar. Nee. Bin down, alter. What the fuck? I'm down. Was zum Teufel, man? Damage dient 142, hit count 8. Was zum Teufel. Sorry. Okay. Oh, nix. Verstehe ich jetzt grad nicht mehr. Ich sehe erstmal deinen Schütz. Ja. Und dann gucke ich, dass hier irgendwie rauskommt. Oh Gott, echt so krass. Wo liegst du? Hab dich. Ich leg mich hin, um ihn zu beschießen. Natürlich kann ich da nix mehr sehen, wenn ich mich hinlege. Hm. Muss wieder aufstehen. In der Animation sieht er mich. Aber... Hat noch gereicht. Ich hasse das mit dem Nicht-Sehen-Können nach oben ziehen können. Also zu AIDS. Mhm. Ach, was tut das? Herrlich. Okay, wahrscheinlich werde ich jetzt sterben. Egal. Schauen wir mal, was die dabei hatten. Der Erste hat nun Schüt dabei. Der Erste hat nun Schüt dabei. Der hat eine Geselle und einen Alten. Mhm. Ich nehm jetzt n M1 mit. Ich glaub, es ist richtig peinlich gewesen. Ich hab ja nichts gemacht. Scheiße. Muss mal kurz stacken. Naja. Ich schmeiß jetzt mal meinen Helm weg. Zieh den mal an. Aber ohne Visier. Anfangч du es kommt hin zu." Ich mache mich campaignen. Aber ohne Visier! Ja, ich habe noch einen Vollgruppen spieler vor mir. Oh Mann, ich habe gerade das 60er-Mac gestackt, jetzt darf ich es wieder stacken, kommt denn da jetzt her. Kann er eh nichts mehr tragen. Ach toll, der hat eine nackte AK. Scheiße. Scheiße. Feierziehen. Beide down. Ich würde einfach nur hier raus, ey. Ich habe keine Einsicht. Alles klar. Ja. Oh fuck, ich kriege von woanders. Ja, der ist hier bei der roten Kiste. Granate. Ja, ja, drunter Container. Granate geht raus. Ich habe keine dabei, oder was? Ach shit. Wo bist du denn im Zug noch? Ja. Ich habe einen. Welchen? Der bei der roten Kiste. So. Willst du umschießen? Nein. Ich bin jetzt auf diesem Metallgerüst oben drauf. Woher? Woher? Ich habe einen. Der war close beim Waggon. Versteck dich einfach, der Wagen ist drin. Ich habe jetzt hier perfekte Übersicht auf dem Wagen. Alles klar. Ich liege jetzt praktisch genau gegenüber, wenn du Richtung andere Mauer guckst. Läuft was? Ja, da kommt was. Der ist fast tot. Der kann nichts mehr haben. Ich jump raus. Der ist genau am Wagen. Ja, der ist down. Der ist down. Der ist down. Boah, was hat denn der gefressen, ey? Ich weiß grad nicht, was los ist. Man, irgendwas stimmt nicht. Vielleicht ist da noch einer. Genau. Da ist auch einer. Ganz links an der Panzer. Boah, haben wir einen Scaff glaube ich. Ja, der ist down. Das ist ein Scaff definitiv. Da hinten in der Ecke ist er auch, oder was? Ja, ja. Genau dort, wo du den gelegt hast, der ist. Hier liegt noch ein Spieler. Nein, schon gelootet. Ja, hat auch nur einen Schrott. Oh, Remington. Alter, dass der mich damit nicht gefickt hat, Mann. Fort Armour. Da ist noch einer, noch einer. Richtung Punkt Exit Bunker. Alles klar. An der linken Wand. Hab ihn. Super. Dass der nicht geschossen hat, der hat aber lang geahmt, der Wichser, ey. What the fuck? Was war das? Sehr gut gesehen. Der, ich hab einen Probeschuss, weil der guckt mich nicht an, jünger. Ne, der ist 100%ig auf. Boah, ist mir der Puls hochgeschossen. Sehr gut da wohl. Ja, was glaubst du mir, ey? Ich hab da einfach nur mal pro Formanum eingeguckt. So nach dem Motto. Wir müssten ja die Ecken sichern, auch wenn da keiner ist. Es war nicht die Airsars, die er dabei hat, oder diese SAS SM1. Ich hab auch noch nicht gestockt. Da kann ich mich auch gar nicht aus. Bisher einmal ist eine M1 rausgetragen. Sowohl der Speedhacker hier war. Pfff. Ne Major Swag. Level 40. Hat ne Wahl. Ne Giesel, ne Glock. Komplett gemoddet. Dabei. Geht noch einer. Du bist down? Shit. Ich hab ihn. Zauber. Oh, damit hab ich nicht gerechnet, ey. Ah. Ich hatte das im Gefühl, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte das irgendwie. Ja, da bleib ich aber links hier bei den Büschen. Okay. Oder du gehst hier auf meine Posi und ich klicke mich auf die Bushalte. Mir egal. Da kann ich den Spruch, da kann ich... Ja, Zweierteam. Dreierteam. Full equipped. Rechts in der Mitte. Überqueren grad den Fluss. Siehst du die? Ja, gesehen. Gesehen, gesehen. Scheiße. Das ist jetzt richtig kacke. Ich leg mich vorne, neben die Bushalte. Ja. Guck mal gucken, ob ich da irgendwie einen Winkel kriege zum Schießen. Ja, krieg ich. Beobachte das mal. Ich guck nochmal unseren Übergang. Ja, die werden gleich an der blauen Wand da kommen. Ein beschossen. Scheiße. Zieh dich zurück, zieh dich zurück. Du musst die Position sofort wechseln. Die sind da rechts weg. Läufst du zu mir? Nein, ich renn weg von dir jetzt. Ja, ich bin eben zu dir gerannt. Okay. Scheiße. Die Renn-Construction-Reihe. Eck durchbruch. Gerade durchgerannt. Okay, wollen wir auch... Ja, ja, ja. Ich geh seitengasse. Ja, ich komm nach. Ich hab da einen gesehen. Ich weiß nicht, ob alle durchgerannt sind. Aber ich vermute immer. Mhm. Pass auf, dass du jetzt nicht in die Rhein rennst. Ich bin schon seitengasse drin. Alles klar. Vielleicht wollen die uns hier flakieren, hier drüber. Ja. Ja, Nate, komm. Ich bin jetzt bei dem Busch, wo der andere Typ läuft. äh, ist. Ab, einen down. Hellgang. Sauber. Sauber, sauber. Renata geht raus. Alles klar. Ich guck, dass die von hier hinten reinkommen. Ich bin jetzt beim Busch. Noch eine Granate. Ja. Leust du? Ja, ich bin kurz gerannt. Ja, hier kommt was. Bei mir. Hab einen. Nice. Ich komm jetzt zu dir rein. Ich weiß nicht, ob da noch einer um die Ecke ist. Ich hab nur den ersten gekillt. Den zweiten Arm. Ist da, ist da, ist da. Ich denke, der wird auf Construction umsitzen. Oder kommt auch links weg. Da liegt doch einer vor der Construction. Das ist ein Scaf. Ähm, wer guckt nach links, fährt geradeaus. Kannst du nach links gucken? Ich kann nach links gucken. Du hast nämlich nen Scope. Ich muss mir 60 Gun Max mitnehmen jetzt. Ja. Wo schießt denn der? Weißt du das ungefähr? Äh, ich weiß. Ich glaub, der versetzt immer wieder seine Position. Der kommt immer näher zu uns. Der müsste knapp auf unserer Höhe gleich sein. Also schon hinter der UN-Mauer. Oh, ich hab nen Tri-Zip. Der wird ja gern mal stacken, aber dann seh ich nix. Nimm mal die AK von dem hier. In Peso. Aber nicht schießen, ne? Hm? Also keinen Scaf abballern oder sowas. Nö, 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 nö. Nö, nö. Ich schätze der wird ja gleich irgendwo von irgendeiner Seite wird er auf jeden Fall hier reinkommen. Nö, nö, nö. Nö, nö. Mach-ich nur die Angst, dass er gerade hintereinander... Ich glaub, der hätte sich jetzt keinen Kopf machen können, wo wir wirklich sind, weil der hatte jetzt so viel zu tun mit Scafs und anderen Spielern, kann durchaus sein, dass er schon Down ist. Irgendwas sollte kommen Elgang Ist down Das war der dritte Lass mal kurz noch abcampen Ja klar, alles gut Scaf läuft verrückt Der Typ, der liegt da Wie eine Einladung Gucken wir mal, was die Okay, 60er Max, wieder voll Wir kommen in unseren Runden Irgendwie nicht weit Ich stecke auch nochmal Kilometergeld kriegen wir ja nicht Ja, voll Equipter Spieler, eine Cross-Faction Mit Pilgrim Ist hinter diesem Schutthaufen jetzt Ja, der liegt Der lootet gerade, ja Sorry Fuck Ach man, das gibt's doch nicht Ich hab grad sein Gesicht im PSO gehabt Ja, ich auch Na, das war's Shit Ja, der wird jetzt hundertprozentig rausrennen Ähm, ja Ich würde am liebsten über den Fluss rüberrennen von drüben Die nicht gerennert Ah, ja Wer weiß es Ja, du musst nach links gucken Paras Der ist links Ja, ja, ich weiß, ich weiß Ja, kommt, der, kommt, der, kommt, der, kommt Oh Ja, ist schon links Nimm den blauen Container Alles klar Meinen sind schwarz Hab einen down, aber nicht am Container Der war weiter hinten noch Hat er den Pilgrim aufgehört? Ja Ja, war der Ok, ich bin jetzt am Ende der Brücke im Gebüsch, direkt am Zug Er ist da Ja, der ist hier noch, am Keimgang Ist down Down Wenn er das jetzt war Sag, wer heißt, dann ich kann's nur grob einschätzen Komm, scheiß drauf, ich brüche jetzt vor Der hat einen Tricep, sagst du? Ja Das ist so ein Tricep, warum wir abhaben Weiß nicht, ich seh keinen Hat er den da hinten gesaved? Nein Also er muss auf jeden Fall ein großes Scope haben Heißt, bei mir ist was? Ich hab den anderen auch down Hier waren noch zwei Scheiße Ach du Scheiße Ach, der Wohin ist doch lang, aber Oder? Nee Andere Reise Ja, andere Reise Aber Oh, mein Gott Ich hab den In dem Checkpoint drin. Drin? Ja, Tür ist offen. Ja, ich schweiß Granate rein. Könnte auch tot sein. Nee. Nee, da lebt noch was. Ach scheiße, ich habe keine Granate getroffen. Stop and down. Oh, wie ich die Granaten vorbeigeworfen habe. Fuck, ich habe dir gerade einen vollen Headshot gegeben. Noch einer! Auch down. Pfff, 2er-Team. Fuck, ich dachte, ich habe da einer schossen. Ich sage es dir, mein neuer Sense, mein alte Sense. Jetzt geht wieder alles. So, ich habe jetzt Scaff-WP auf. Ja, die waren hier Packer und OPS-KS. Ach Gott, Alter. Sollte Leute killen dann, aber am besten noch. Ich habe hier Stockwerk gesünden. Sollte kurz. M4, M4-Schütze. Ich wollte gerade sagen, nicht gesinns, der M4. Das ist Richtung, äh, Tanker, ne? Schon gewesen. Ja. Eine extra Tanke vielleicht. Oh, ich glaube, ich habe deine M1 gefunden. Paras. M1A oder was? M1A mit Dings oben drauf. Verdammt, ich darf meine Packer nicht verlieren. Oh. Oh, Dreckspawner. Fuck, Alter. Oh, ja, wieder Checkpoint. Oh, D-Sync des Todes. Alter. Ja, Full Gear Spieler. Gesehen. Nach links weg, oder was? Homemust. Geh kleiner, 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 kleiner Druckbruch rüber. Hupen, happen down. Down, down, down. Geh trotzdem einen kleinen Druckbruch raus. Ich glaube, der war alleine. Wohin zum... Kann vielleicht vorn noch was nachhauen, müssen. Hm. Oh, sieht nach AK-103 aus. Guck mal, wer den hat. Da wo? Level 44. Ich, ich habe nicht ganz oft drauf geschossen. Oh, AK-74M, aber mit dem schönen V-Grip. Pff, hier. Okay, bin jetzt Dreier-Container. Ja. Dann weiter. Hintergrundschrank. Ich werde immer noch, ich werde immer noch an der Mauer dran. Alles klar. Ich habe Piken sehen kurz. Ja, ja, schießt auf mich. Kabel, Trommel. Ist ein anderer? Ist down. Haben, haben. Bist du noch Kabeltrommel? Bist du direkt nach der Kabeltrommel? Nein, nein, ich bin L-Gang. L-Gang. Direkt nach der Kabeltrommel hat sich gerade das Ding geschmissen. Ja, aber schießt auf mich. Pff. Sagt, Frieden, schießt. Ja, am Zug, am Zug. Geht in Deckung, geht in Deckung. Ja, das ist aber wieder an der Wand. Lade. Lebst du noch? Lebst du noch, ja. Er ist im Zug, rechts. Ja, ja, geht in Deckung. Wenn er sich nochmal zeigt, ist er tot. Boah, die E-Shot'e getroffen. Du musst mich versorgen. Exxor, du bist alleine. Ja. Lass den aus dem Zug mal rauskommen. Vielleicht von hinten nicht den Zaun pushen, das ist scheiße. Kann er nicht. Ich deck den Zaun. Er ist immer noch im Zug. Ich weiß. Ich sehe, ihr habt keine Einsicht zu finden. Er muss sich ein bisschen bewegen. Auf dem Zaun. Er ist hinten raus. Er ist da. Er ist da. Am Zaun. Alles klar, ja. Er ist da. Am Zaun. Alles klar, ja. Der im Zug ist tot. So. Oh, ich bin tot. Oh, nein. Noch lebe ich. Wo bist du? Er ist schon über die Rampe scheinbar drüber. Ich versorgen. Ich bin hinter der Halle. Am Bunker. Da war er gerade. Ich sehe, der ist doch auf der Unterseite. Auf der anderen Seite ist er. Ich habe ihn gerade gesehen. Ich muss mich zuerst hochheilen. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Warte, 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 warte. Komm. Junge, komm. Up und down. Bauer. Willst du gerade nach? Ja, ich habe gerade nachgeladen. Ich komme jetzt vor. Ich hoffe, wir sind nicht noch mehr. Wie hießen der Brexor? Heißt du das noch? Ich habe es noch offen. Oder nee? Ich höre aber keine Schüsse von dem. Auch nicht. Der Stacked ist gerade. Ja. Ausgelaufen. War einer. War nur einer, ne? Ja. Jetzt einen kleinen Durchbruch. Ich hole den Mesh fix. Ich habe Snipers down. Der ist doch da im neuen Gebiet, ist er. Spieler down. Alles klar. Aber das war nicht der gleiche. Das war nicht der gleiche. Wir sind bei Scavs hier rechts auf der Construction. Der kann auch nicht weit durch sein, der andere. Ja. Ich bin jetzt Topper Container. Ich habe noch einen Spieler down. Papa. Ich habe noch einen. Okay. War.